Piloten, willkommen zurück zu Armored Core 6. Wir wollen heute mit den Missionen weitermachen. Zu möglichen AC-Daten habe ich mir von Valtividea die möglichen Bills, die die besten Bills in Armored Core sein sollen, heruntergeladen. Das könnt ihr alles über ein Dokument, was in seiner Videobeschreibung aufgeführt ist, euch herunterladen, wenn ihr das Dokument öffnet, die Codes dann einfach hier klicken, den Code eingeben mit Copy-Paste, Steuerung C und V und dann könnt ihr euch die Daten herunterladen. Leider habe ich hier noch nicht die Möglichkeiten für das Wechseln der Rückenslots. Also die OC-Chips brauche ich noch mindestens zwei. Deswegen habe ich mir noch mal einen Allgemein-AC gebaut mit Hauptsache Raketen. Und ja, wir gucken rein. Armored Core läuft gerade so ein bisschen wie, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen wie Doom Eternal damals. So richtig Lust habe ich nicht drauf, wenn ich es nicht spiele, weil es immer so eine Art und Weise von Anstrengungen erfordert. Aber wenn ich einmal drin bin, habe ich Spaß dran. Und ich dachte, das hier hätte ich schon gemacht. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, das hier ist, dass ich das nicht so ein bisschen wie ich eigentlich so ein bisschen verletzen habe. Und jetzt fühlen sie sich immer amitiert und rütteln mit dem RAD Territory wieder. Ich würde sagen, das kenne sich für Feuerwerke und ich habe etwas, das sie wegstange. Das ist okay. Die Coyotes sind aber nicht zufällig. Sie sind gekommen, um die Ausflugung zu stoppen. Das ist, wo du in kommst. Intercepte sie und defend die Missile. Wir machen sicher, dass die Coyotes und die PCA eine Chance bekommen, R.A.D.'s famous Feuerwerke zu sehen. Okay, mir scheint, ich bräuchte Raketen mit ordentlicher... also mit Mehrfachanvisierung. Auch die Sturmpanzerung, wenn es zu viele Leute sind, weiß ich nicht. Obwohl ich damit wahrscheinlich mehrere mit einmal explodieren lassen könnte. Was war das hier? War das mehrfach... Ich kann mehrere Ziele anvisieren, sehr gut. Und hier? Du nicht, aber ich finde diese Raketen einfach generell geil. Eine fliegt los, spaltet sich auf. Ich könnte natürlich noch die mitnehmen. Ich habe immer noch genügend Last. Wobei ich denke, es passiert. Mal gucken, ob ich vertikal brauche. Momentan nicht. Und wenn ich dann erst mal genügend gesammelt habe und Armutkorb hat noch eine Weile dauern, da ich jetzt gerade Cyberpunk extrem abfeier. Aber Remnant von 5 vorbei sein. Ob ich Lord's of the Freundin und Oktober jetzt bald spiele, werde ich auch noch sehen. Ah, hier war ich doch schon. Hier habe ich doch... Anruf, geht's dir? Anruf. Woh! Woh! Ja, das FLS-System ist hauptsächlich auf Raketen ausgelegt, erst mal. Ah, ne Wellenzerstörung. Auch mal neu. Ah, hier hab ich gegen bei Deus gekämpft. Wir haben Coyotes, um zu dealen. Okay. Das erste Mal eine Verteidigungs-Mission, krass. 4 Minuten noch was. Hier kommt die zweite Waffe. Bleib die Feuerwehr sicher. Schuss. Jetzt vom F. Schuss. 2 Minuten noch was. Schuss. Oei 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 oei! Oei 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 oei! Oei 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 oei! Oei 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 oei! 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 Ooe! So, ich hab immer noch meine Stromrüstung. So, ich hab immer noch einen Fall. Noch genügend Munition momentan, wenn wir nicht hier verschanzen und Sturmrüstung nutzen. Ja, komm, 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 komm. Die linke Rakete muss ich schütteln. Jetzt kann ich den Sitzler verkaufen. Die Schifffahrer sind in der Schifffahrer. Die Schifffahrer sind in der Schifffahrer des Sturm. Die Schifffahrer werden in der Schifffahrer werden. Sturm. Stimmt, ich muss nach oben. Noch mehr? Habe ich es geschafft. Alle leben noch. Yes. Und? Oh ja. Das ist wie ein Raptorenrudel. Oh ja. Sie sind wie Feuerwerke. Finished. Das ist Wahnsinn, wenn du die richtige Ausrüstung hast. Ich meine, so viele Leute. Ist ja klar, dass ich dann Flächenschaden brauche, dass ich schnelle Angriffe brauche. Schnelle Stacker-Einheiten, weil die schwer gepanzert sind. Mission abgeschlossen. Wieso habe ich keine Wertung? Ich glaube, ich habe die jetzt schon gesehen. Den habe ich doch schon besiegt in der Arena. Ach, wahrscheinlich sind die Arena-Piloten alles nur Piloten, die ebenfalls Söldner sind. Und in der Arena betteln wir uns manchmal. Neun Teile. Okay, wir haben ja gesagt, wenn ein Bild passt, nehmen wir ihn gleich mit in die nächste Mission. Let's go. 621, wir haben auch ein Unternehmen. Check die Briefing. Attention, Gun 13 Raven. This military operation is approved by Balaam HQ. Liberation Front took action regarding the Archivist-Controlled Wall. But ultimately, both parties were suppressed by the Planetary Closure Administration. Their loss is our gain. There won't be a better opportunity for Balaam to steal the show. We want you to head to the Combat Zone and eliminate the Enforcement-Squads deployed by the PCA. Be aware that their forces include a new type of craft, the HC. That's why we've chosen you. Oh, der hat gepanzert, Alter. Balaam's counting on you, Gun 13. Okay, da brauch ich, ähm, auf jeden Fall doch mehr Durchschlagskraft. Und das muss ich gleich ändern. Uiuiui, ähm, kann ich auch AC-Daten? Kann ich doch einfach so nehmen. Nehme ich wieder Overhead. Lade dich. Aber erstmal will ich dich eigentlich nochmal... Äh, was weiß ich. Äh, Gat mit Gatling Gun und mittlere Rüstungsklasse. Der Barry ist immer Variation, die ich ansetze. Der ist ja hauptsächlich Rocketman, nur mit einer Charge-Rifle. Rocketman... Achso, nee, stimmt. Den hab ich ja geändert. Du kannst eigentlich gelöscht werden. So, aber dich lade ich jetzt. Oh ja. Jetzt guck ich nochmal schnell rein. Okay, Overhead hatte auch zwei Gatlings. Das muss ich aber ändern. Mh. Und ich brauch bei ihm auf jeden Fall... Dich. Und die höchste Einschlagsoption. Was bist du? Okay, da ich die Raketen aber nice finde... Und er wahrscheinlich ein Schild hat, find ich die ziemlich gut. Und dann teilen sich ein Einschlag und umzingeln den Gegner. Damit kann ich schön umgehen, höchstwahrscheinlich. Aber Vertikal-Raketen sind vielleicht doch nicht so verkehrt. Hohe Flugbahn, ich nehm doch mal dich. Okay. Ähm. So, 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 so. Normale Waffen. Würde ich... Würde ich... Hohne Einschlag. Also entweder Bazooka. Da bin ich aber überlastet. Oder Charge Rifle. Ist schon mal nicht schlecht. Da ich mit denen auf jeden Fall nicht gestackert werde. Und... Was gegen schwere Gegner ja auch immer hilft, sind schwere Nahkampf-Attacken. Also kann ich eigentlich Nahkampf rein-dashen. Während ich hin-dashen, kann ich die aufladen. Wenn ich damit stagger, kann ich aufgeladenen Schuss und Raketen reinhauen. Ja. Oder beim Hovern mit der und der Waffe die Stagger-Leiste hochtreiben. So, Impulsschutz... Brauche ich hier eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich jetzt Sturm-Panzerung. Wieder, weil das das ist, was mir Schaden macht. Oder ich nehme dich mit. Generator ist Max. Ich glaube, Watibidi hat gemeint, dass die Generatoren die besten für Hover-ACs sind. Und Hover-ACs am besten geeignet sind für Energiewaffen. Aber ich spiele erstmal noch so. Die anderen Bits baue ich mir dann nach. Wenn ich genügend Geld habe, um mir die Teile leisten können. Sie können sie nicht von ihren Verlust, um die Wolle aufzunehmen. Das ist gut. Wir machen es für uns. Hauptsystem aktiviert den Kampfmodus. Neustart ist das, was die Maschine für die Feuerbotöse aufzunehmen. Längdannend. 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 Das ist dann wieder am Nahkampfwaffen gebildet. Wunker, komm. So, es kann ja wieder Kisten geben, ne, überall, aber ehrlich gesagt, reizt mich Amad Korn nicht so wie Elden Ring zum... Der Fall, der Vernichtung. Ah, hier war die erste Biegensammel-Quest, ne, hinten an den Krater. Nein, Verstecker, ne. Also hier komm ich rein, es gab aber in alten Missionen immer noch die Chance, andere Türen zu nehmen, aber hier wahrscheinlich nicht. Okay. Okay. Ah, verfehlt mit dem Ausspießer. Boah, im Nachkampf, super. Im Nachkampf kann keiner was gegen die Bazooka auf dem Rücken recht. AC Anomaly? Warum? Ich freut noch, guck mal, ob ich die Tür nutzen kann, weil die auch Lichter hatte. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Ah, da ist er. Okay, mehr konzentrieren. Oh shit. Dammit. Oh, der ist schneller als gedacht. Und hat ein Impulsschild. Ja, die Impulswaffen sind fast alle, meine Güte. Wahrscheinlich nur für Bosskämpfe geeignet durch die geringe Munition. Ruh mitzauern. Das ist die Möglichkeit, die Anastasia-Systeme zu verabschieden. Das ist die Anastasia-Systeme. Die Anastasia-Systeme verabschiedet wird auch, Interloper. Die Anastasia-Systeme verabschieden. Die Anastasia-Systeme verabschieden. Die Anastasia-Systeme verabschieden. Keine Wappen mehr. Oh Gott! Ich bin momentan irgendwie nicht in der Stimmung. Das ist genau so. Spielen und alles aufs Kleinste ausarbeiten. Ich bin mehr im Spaß-Modus. So, und jetzt wirds wichtig. Am besten hin-dashen. Versuchen, so ungesehen wie möglich, so weit zu kommen. Dann hindaschen. Okay. Okay, oder wir machen es hier oben. Denn der Hauptgegner wartet. So war es das. Ach, das ist noch ein kleiner. Okay. Ah, da hat er einen Puls geploppt. Das ist ein dummer. Der hat auch eine nachher verdackert. Aber ich auch. Oh, der hat eine lange Feitschef, oder was? Ich hasse es. Kommt, team, komm in. Main system, activating combat mode. Commence mission. Terminate all PCA forces occupying the wall. Code 1-5, solo AC. An independent merc, we to terminate. Deckung KC-16. AN-R開心. zu verme, ich habe ein riesgos偵immhaus. TIM 11! . 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 Ich habe das jetzt eigentlich schon gesammelt. Muss ich jedes Mal neu sammeln? Das ist ja schlecht. So 5, target for termination sighted. Engage. LCs, mehr equipped for heavy fire. Ich finde die, der Mech verdeckt alles, was ich potenziell sehen muss und kann. Das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Okay, theoretisch muss ich es mit dem Boss genauso machen. In die Ecke drängen und einfach Fette drauf. Und immer in der Nähe bleiben, damit er seine Raketen nicht nutzt, um mir Schaden zu bütt. Die Ecke drängen und einfach Fette drauf. Ah, das ist so gut, dass sie mit einmal platt machen. So, jetzt habe ich noch gutes Leben. Jetzt brauche ich nochmal zwei, drei Schulterwaffen, um den Mob auszuschalten. Und dann dring ich ihn unten in die Ecke. Das war's für uns, vier, vier. Dane, sechs. COP 1. That constant of your equipment in your work, too, Interloper. Course in virtue of a stage. Vioeling the Lord will aim a thrice. Das ist schwierig. Das ist ein bisschen, das ist für mich! Das ist ein bisschen, das ist für mich! Ja, zum Rest, zum Schluss. Alter, war das knapp. Ja, ist doch ganz schön agier, ey. Wenn du da deinen Nahkampfanggriff nicht triffst, dann hast du die Anforderungskrampf getötet. Hui. Alle Schulterwaffen verloren. Boah, war das ein Krampf, ey. Sieben Versuche oder so. Du, ich bin ein busy man. So I hear. Must be a tough time to be the Vesper's deputy commander. Get to the point. The plan to raid the PCA. You're going to need more pawns on the board. Of course. You're here to hawk your services again. Very well. I'll consider that mutt of yours part of the effort. One more thing. Show my hound some respect. Gen 4 is as good a pedigree as any other. One new message. Gun 13 Raven. That was a beautiful massacre at the Wall. You're a survivor, no doubt. Let me give you some advice. Don't settle for being an independent. Join the Red Guns. Have a career. Well, I'm the ranks. Keep that unlucky number. And eventually the curse will get you to. That's all. Don't forget what I said about putting you to work. Don't tell me. Don't be afraid of every time. You're not able to wait.